3, 2, 1. Und wer fängt an? Das wissen wir ja nicht. Wir haben ja lange nicht getrobt. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Euer Freil wieder am Start mit dem guten Tag, oh Lord. Ja, es hat ja jetzt eine Zeit lang keine Folgen gegeben aus persönlichen, privaten Gründen. Aber ich denke, das kriegt man jetzt wieder geregelt da hin. Ja, also ich bin da auch der festen Überzeugung davon. Also es hat sich nichts geändert. Die Lust ist immer noch da und alles. Also keine Sorge, es war einfach bloß einfach im Moment gerade nichts zu machen. Wie süß. Genau. So. Ja, also was machen wir denn jetzt? Ich baue meine Kälerei weiter. Du baust die Kälerei weiter, gut. Kannst du mal mitkommen? Ich habe mir das größtmögliche rausgesucht. Ich muss ja bitte aufpassen, ich bin ja nämlich schon leicht angekratzt. Oh ehrlich, das ist gut. Da kann man diese komischen Transporter dann, oder diese Teleporter dann irgendwann mal aktivieren damit. So weit ich das weiß. Wir haben jetzt drei. Naja, ist doch super. Da hin kommen wir ein. Zack, zack. Komm, los. Jawohl. Und noch einer. Los. Oh, es fehlt. Oh, da ist ja noch einer. Komm her. Hallo. Ja, ich bin aber gleich durch. Das ist das Problem. Wird schon gerade festgestellt. Ja, das ist schlicht. Ich will ja nicht unbedingt so sterben und so. Das war nicht der Plan. Äh. Okay. Geht damit wacher hinüber. Brokkoli. Ich bin ja auf den Winter ja gespannt, ganz ehrlich. Das macht mir noch ein bisschen Angst. Aber zur Nötung müssen wir halt jagen gehen oder irgend sowas. So, wo hast du denn deine Kälerei? Das ist diesmal. Da liegen überall Skelette rum. Ja. Hat er überall alle abgenagt hier. Die Schöpfe vor. Ja, ja, genau. Wo bist du denn jetzt hin? Ich drehe dich mal nach rechts. Gerade voll aus den Augen vor Ort dort oben. Genau. Da ist man hier. Du bist gerade voll aus den Augen vor Ort. Äh, okay. Kann man machen. Willst du hier den ganzen Bereich zur Kälerei umfunktionieren? Ja. Und das ist quasi die Mitte. Hier müsstest du das Feuer setzen oder was? Ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, sollte das die passende Größe sein. Also das größte, was du machen kannst. Okay. Na da. Ich bin gespannt. Ja. 100 Bäume gefällt, alles abgebrannt. So, ein Mist. So, ich habe aber tatsächlich denselben Plan wie du eigentlich. Ich wollte auch Holz. Das kriege ich wahrscheinlich auch. Ich brauche nämlich auch Holzkohle. Holzkohle. Wie geht es denn unseren Bienen? Ich denke, denen geht es gut. Die schwirren ja so vor sich rum. Klar. Ah, und. Das ist nicht sticky. Und da geht es wieder ins Hölzhagen. Ah, ich habe wieder keinen Axtkopf mitgenommen. Ich spiele die. Ah, shit. Wenn du Quarz findest, immer mitbringen. Quarz, okay. Ja, wegen... Quarz oder? Wegen den... Wegen den Lampen oder was? Ja. Oh, nicht genau, Junge. Blub, blub, blub. Wir brauchen Säplings. Hey, wir wollen nämlich ökologisch einen Wald abholzen. Sehr gut. Und dann die Umwelt mit CO2 zu schädlichen durch. Durch unsere Schmieden. Oh. So, zack. Und dann werden Elektroautos mit Batterien gebaut. Ah. Vorstehst du. Ja. Aber wir sind doch ja nicht bei Ego. Ego. Bei Ego geht das bestimmt alles. Ego. Kannst du da... Ah, stimmt. Da kannst du auch was brauchen. Ja, das weiß ich gar nicht. Aber zumindest kannst du den ganzen Rest machen. So mit Umweltverschmutzung und Heim. Ja. Feilschaden ist nicht zu unterschätzen, wenn er schon fast tot ist. Oh, ich habe Kupfer gefunden. 2 Meter vom Haus weg. Ich habe folgenlang Kupfer gesucht. Und 2 Meter vom Haus weg finde ich Kupfer. Ist das nicht dein Ernst? Ich bin wieder außerhalb der Kerle. Das riecht mich auf. Ist nicht so blöd. Dafür höre ich schon wieder Wölfe. Ne, das Kupfer nehmen wir natürlich mit. Ich will zwar Holz holen, aber wir nehmen das Kupfer natürlich auch noch mit. Da kennen wir nichts. Das packen wir ein. Ne, das ist... Oh, gleich gucken, ob noch mehr unter der Erde liegt. Ja, bin ich ja... Ich bin unter der Erde. Sozusagen. Aber es scheint nicht allzu viel zu sein hier. Es war bloß eh so ein Splitter. Naja, ich weiß nicht, wie steht da immer drunter rum? Ich bin ja. Hab ich gesagt. Das kann ich dir ohne so richtig sagen. Aber ich gucke jetzt mal. Ich grabe mir jetzt mal eine kleine Treppe. Also, dass ich mal noch zwei Etagen tiefer komme. Dann gucken wir einfach mal noch ein bisschen tiefer. Also, ich habe schon mal so eine Mine, glaube ich, hier größer ausgehoben. Und hab dann trotzdem, also auf unmittelbarer, nichts gefunden. Aber hier ist tatsächlich noch was in der... Oh ja, hier ist noch was. Das nehmen wir mit. Ja. So sieht es aus. Zack. Gut. Jetzt habe ich natürlich ein ganz anderes Problem. Ich habe keine Erde mit, oder? Mal drei Blöcke. Mal gucken, ob das reicht. Drei Blöcke. Ich werde behaupten, es müsste ausprobieren. Ja, das reicht mit Erde abbauen, reicht es. Ich habe zwei Settlings erhalten. Du bist ja verrückt, bist du ja. So, okay. Okay, es sind drei. Was können wir denn jetzt hier mal, ich hätte noch eine Axt mitnehmen sollen. Aber na gut. Hier steht ein Vergissmeinnicht. Na dann nimm es mit. Ja, aber ist jetzt fast vergessen. Ja, ist fast vergessen. Aber das hatte ich noch dran erinnert. Den vergiss meinen nicht. Ich habe auch vor, meine Schmiede da unten jetzt voll zu packen. Ich brauche nämlich auch eine Holzkohle. Weißt du, was ich noch gefunden habe? Nee. Ich wusste, dass das kam. Ja, ich konnte es diesmal auch wieder nicht verkneifen. Es ging einfach nicht. Ich habe erst gedacht, okay. Du hast ja jetzt dein Ausgleichmaterial. Das hat man ja in den Folgen schon festgestellt, dass das Kupfer ist. Natürlich. Das hat man ja nur schon geklärt. So, jetzt brauche ich hier meine... Obwohl, wenn ich Blei finde, nehme ich es auch gleich mal. Ja, Blei und Zink vor allen Dingen. Oder Zinn. Nee, was brauchte man gleich? Ich weiß es gar nicht mehr. Zinn. So, das Inventar ist full. Es ist gar nicht mehr Zinn. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Es ist lange her, wo wir da geguckt haben. Wie gesagt, es ist halt lange her, wo wir hier aufgenommen haben. Aber das macht uns gar nichts. Dafür geht es jetzt wieder neu durch. Und voll, na was ist jetzt neu durch, aber voll weiter und so. Das Liebeslied von kleinen Arschlach. Das macht uns aber gar nichts. Ja, stimmt. Ich muss ja die ganze Hütte noch bauen eigentlich. Aber weil ja irgendjemand wieder Größen, dem absoluten Größenwahnsinn verfallen ist und eine riesen Bude ja hingesetzt hat. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Wer sowas macht, das ist doch Wahnsinn. So, ich muss sagen, das ist eine Verlängerung. Das ist keine Verlängerung. Das habe ich gar nicht nötig. Zehn Millimeter Nack am Stange. Na, wenn du das sagst. So, gut. Hätten wir das auch geklärt? Ah, unsere Büsche sehen ja schon so übel braun aus. Eigentlich müsste ich mich weiter mit Kochen befassen. Das hat ich ja angefangen. Das wird das gelagert. Also den Keller. Eigentlich müsste ich einen Keller ausbauen, dass wir die Lebensmittel ordentlich lachern können. Ach, den habe ich ja hier schon angefangen. Na, guck dir ihn an. Hier hat er schon immer einen Keller angefangen auszunehmen. Na, klar. Na, einmal frei. Ja, siehste. Da habe ich doch in der Vergangenheit sogar mal ein bisschen mitgedacht. Naja, gut, dann wird das jetzt hier. Müssen wir jetzt hier mal noch ein bisschen das Holz machen. Vorbereitung für den Winter sind es gerne mal. Sonst machen wir mal blöd. Ja, ich habe eben diese, ich weiß ja nicht, was genau hier im Winter passiert. Das ist ja das große Problem. Ich würde sagen, es wird kalt und es wächst nicht. Äh, sag bloß. Bist du da jetzt selber drauf gekommen? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, Wissenschaftler hat das mal gesagt. Ah, okay. Na, das erklärt natürlich einiges. Oder es ist so erfahrungswert. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie müsste denn der Keller aussehen. Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Äh, Leitfaden. Äh, Lebensmittelkonservierung. Wo war denn das gleich? Essenszubereitung, Lebensmittelkonservierung. Ja, haben wir es. Äh, Keller. Jeder komplett geschlossene Raum. Äh, konstante Temperatur haben. Die simpelsten Keller sind ein mal zwei mal eins Loch mit einem Behältnis darin. Sieben mal sieben Blöcke. Ja. Okay, sieben mal sieben. Also wir hätten jetzt hier einen Eingang. Einen Eingang. Zack. So. Und dann, äh, jetzt habe ich ja natürlich eine Swehrtreppe runtergemacht. Na ja, gut, das ist auch schon egal. Äh, ein Eingang und dann sieben mal sieben in. Also eins, zwei, drei. Ich kann bis 13, jetzt ist es mir zugetraut, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ehrlich? Ja. Hut ab. So. Du musst dich schon immer kleiner machen als du bist. Ja, ich weiß, du weißt genau, ich kann bis bis 15, aber für die drei willst du mich jetzt lügen. Ich habe es schon, ich habe es schon verstanden. Genau, es wird zu sagen. Jetzt ist ja auf einmal Erde, warum ist denn hier auf einmal Erde? Ich habe doch gar keine Schaufel mit. Aber die Erde kannst du auch so wegtreten. Ja, das stimmt. Und ich habe eine ganze Kiste voller Hornsteinsteine, Zeug, hier braucht kein Mensch das Gedumpe. Ich weiß schon, warum ich das in der Vergangenheit immer ins Wasser gehauen habe. Dann hat immer angefangen, das Sortiersystem oder ein Lager-System einzubauen und schon, guck, hast du einen Haufen Hornsteine. Mit denen ist ja auch nicht. Ein Sortiersystem gebaut. Ja, ein Sortiersystem ist ein Lager-System, wollte ich sagen. Der gute Geta eben, der hat ein Sortiersystem gebaut. Nee, der ist ja auch Bild-Eure ist er ja nicht schon. Wie gesagt, unser Minecraft-Admin, seine Homebase in Minecraft ist ein Hardware-Killer. Ja, das würde ich gerne klönen. So, also das wird ja jetzt total interessant, aber ich will jetzt erstmal noch schnell, entgegen meiner Planung werde ich jetzt erstmal schnell den Keller hier ausheben. Dass wir zumindest erstmal eine Lager-Möglichkeit haben für die ganzen Gefäße. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Dann können wir nämlich auch die ganzen Pflanzen, die jetzt noch so da sind, auch ordentlich lagern. Und dann verdirbt uns das vielleicht auch nicht so schnell. Also ich habe da zwar jetzt auch keine wirkliche Erfahrung mit so einem Keller, aber mal gucken. Ja, wir werden es einfach sehen, ob wir den Winter überleben oder ob wir... Ja, was ist überleben? Im Ernstfall müssen wir jagen gehen. Dann müssen halt Tiere erhalten. So ist das denn jetzt über 7 mal 7 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja fast. 1, 2, 3, 4, 5, okay, also 2 ja noch. Ist das jetzt hier oben oder andersrum? Ja, wenn du es nicht willst. Sauerkarten! 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 Ja, da musst du ja noch in den Zaun stellen von dir Rex. Sonst frisst du uns das Sauerkarten! Ja, das wäre doof, also. naja dann wäre das jetzt immer mal zwei drei baufolgen ich bin ich habe gesagt ich mache das auf screen absurde gemacht dann werden seit baufolgen deshalb so ich bin ja gespannt die erste reihe mit hölz haben wir jetzt die armbäume diese hunderttausenden bäume die dafür sterben mussten übrigens weil es mir gerade mal einfällt der gute fall da hat sich mal erst wenn ich persönlich habe es für alle die jetzt hier zuhören und angucken ich habe es abgebrochen also mir gefällt eigentlich überhaupt nicht also so von der ganzen steuerung her und der mechanik her ist es ist einfach nicht meins also sagen wir so es ist ja nicht schlecht das will ich ja gar nicht sagen um gottes willen aber es ist nicht meins das lustige ist ich weiß was du meinst ja ich habe es nämlich auch mal gespielt die steuerung ist vor allem wenn du dort irgendwelche gegenstelle irgendwo hinsetzen willst so mit dem mit dem ran und raus zu mit diesem kamera wechselt das ist anstrengend und dann ist es auch kommt dazu denn das gebe ich ehrlich zu es kommt dazu ich bin halt auch ein bisschen verwöhnt durch spiele wie jetzt komme ich nicht drauf wie ist denn das andere kleid ist es weltraum erkundungsspiel wo du auch das basebau drin hast und den ganzen kram mir fällt bis lang schon die home einer das war's nicht das andere halt mensch was erst so schlecht war und so schlecht bewertet wurde und dann ewig abgedatet und jetzt ist es eigentlich richtig gut no man's sky genau so hieß es und wenn du das vergleichst ich hatte ja gehofft dass es so ein bisschen wie das ist ist es ja an sich auch vom prinzip her aber wie gesagt mir hat es einfach auch keinen spaß gemacht ich habe fünf folgen gemacht ich denke es wird keine sechste kommen vermutlich zwar einfach nie meins das was sie gemacht hast bis dahin war angenehm anzuschauen ich stehe ich denke da mit grausend dran den komischen drucker an den ersten erne 2 weil ich nicht wusste dass du für die extra fundamente setzen musstest und so weil kam ja im tutorial die vor hat mir keiner gesagt also wie gesagt so dass mit den sauerstoff leitung und alles fand ich super cool als die idee ist super cool aber naja es war halt wirklich irgendwie meins ist schade drum aber ich hab da ich meine ich sag mal so ich würde vielleicht ich hätte jetzt gleich gesagt ich nehme zehn folgen auf im endeffekt einfach damit zehn folgen sind aber andererseits habe ich mir gesagt da kann ich sowas aufnehmen was mir spaß macht weil im endeffekt ist ja das was letztendlich für uns oder hier noch gilt ist ja das was spaß das aufzunehmen was spaß macht das ist gut ich war bei naja kommt nicht mehr viel das ist meistens ja genau da haben wir noch ein bisschen warz was mir einfällt am besten kann ich nachts überall mal umpflanzen alles weil der flachs ist zumindest schon mal gut ja ich denke bei mir wird die gartenarbeit auch angebracht aber ich weiß gar nicht wo ich hier anfangen soll gerade jetzt brauchen wir erstmal den keller und machen erstmal feuerholz dann setzen wir hier mal noch den sapling den ich ja mitgenommen habe da gibt es fast gesagt und dann muss ich auch noch äh sapling wow 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 pilze pilze so also wie gesagt mit dem keller ich bin mir da nicht sicher da steht sieben mal sieben aber jetzt ist die frage höhe steht nicht so richtig oder habe ich überlesen vielleicht aber müssen wir jetzt mal ich muss jetzt ich würde das jetzt einfach mal probieren mit dem keller mal gucken ob das man müsste jetzt eigentlich an der lagerzeit der gegenstände müsste man es ja dann sehen die müsste sich eigentlich erhöhen die haltbarkeit mal sehen jetzt machen wir erstmal ja das inventar leer und dann gehe ich noch so lange wie der tag ist noch mal in den garten ist wie im echten leben so lange wie die zelle ist gehe ich mal noch im garten und dann machen wir mal was anderes und ja das hat was naja auf jeden fall so bitte brennholz vorbereiten schon mal dass wir das so schon haben so eine riesenköhlerei wie du habe schon durch jetzt nicht gebaut ich habe dafür zwei kleine Junge du baust gerade einen Keller du hast ganz andere Probleme ja das stimmt vor allem aber dafür haben wir dann genug Ölskohle erstmal damit wir beide zu reinkommen vor allem weil ich meine 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 vergangenheitsversprechen nicht gehalten habe und das ding nicht offscreen gebaut habe wie ich es eigentlich ja vorhatte der vergangenheitstag oder der vergangenheitstag oder hashtag werbung hashtag für anderen youtuber kommt drauf an ich weiß nicht aber sich den satz hat sichern lassen einzelne sätze kann man sich glücklich nicht patentieren lassen patentieren lassen so ich wollte hier ja noch mit koppelstuhl auskleiden sehe ich gerade das müssen wir noch machen ich mag jetzt mal das restliche jetzt hier rein und dann müssen wir uns mal da geht es gleich weiter habe ich noch genug kapusten habe ich überhaupt noch kapusten fragen über fragen ich würde sagen da müsste man in deinen keller gucken ja ich bin in meinem keller ich bin schon unterwegs kubelstuhl granitbruchstein wie siehst du da aus nur zwei firma schistens das ist schon mal eine sache da kommen wir doch ein stückchen hin damit ich sehe ich genauso ich habe noch ein paar setzlings gefunden das haben wir uns noch weiter es ist noch hell draußen ja sehr gut sehr gut da kann ich doch noch im garten oh ich war aber nicht mehr lange hell draußen so wie es gefragt hat ja 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 ist alles klar ich würde sagen wenn es dann so dunkel ist dass man nichts mehr sehen würde ich sagen haben wir folgen ende die zeit ist ran aber ich würde jetzt gerne die helligkeit noch fix nutzen um mal nochmal fix in garten zu gehen nicht lauer so flachs dann haben wir ja sagen aber ich habe einen hafen flachs also weil es mir wo wir auf screen gespielt haben das ist noch da haben wir stunden und jahrelang nach flachs gesucht und hier in dem in dem schmeißen sie uns denn jetzt quasi hinterher so wie sieht es denn aus mit den mörchen ausgewachsene karotten das klingt doch schon mal gut dann machen wir hier mörchen dann kommt der kollege und fragt ob ich schon ob ich schon Ideen für mein Weibchen habe als nächsten Monat Geburtstag hat oh ok und nicht mal ernähren aber nicht mal ernähren nicht mal ernähren ich habe noch gedacht Kalium und Kalium die brauchen Kalium wir brauchen Kalium haben wir irgendwo wo Kalium ist Kalium 22% um nicht gut wegen achso haben wir hier kalium ja 50 da kann man schon mal wasser einsetzen die möhren hatten kalium und ich das richtig ja ja ich guck gerade ich muss ich erst mal wieder rein sitzen so dann haben wir ja reifen reis heute gibt es so weiß ja stimmt aber unbezahlte wasser was ist denn hier der reis der reis hat auch das hat alles kalium zwiebeln brauchen phosphor phosphor ist gut das haben wir kaum nächste folge wird gartenarbeit getätigt ich höre schon wieder unsere gehen ja schon wieder eingehört welche kollegen also so zwiebelsames phosphor das können wir hier ein klicken so dann haben wir noch ein bisschen möhren für kalium kalium haben wir ja nur gennt woher das ist echt hart also kalium ist hart so dann packen wir das erstmal hier in die kiste alles wieder rein gut ich würde sagen es ist mal wieder soweit sandmenschen kommen genau reiskorn gut dann es ist nacht ich bin zwar im garten noch nicht fertig aber wir machen jetzt zum folgen schluss weil 27 minuten du könntest mal deinen hier mein garten beleuchten ja auch aber den weg müssen wir mal irgendwann irgendwann ja eigentlich kam ja bloß eine baustelle so ja gut also wie gesagt es geht jetzt weiter mit vintage story hab vielen dank auch für die für die für die kommentare also freut mich immer sehr wenn da irgendwas kommt so was ist denn los warum ist denn hier kommt hier keine folgen mehr halt dann wiss ich dass ihr die videos guckt und dass sie euch gefallen finde ich super klasse und ja bis zur nächsten folge macht gut